Das finde ich nicht gut. Hm, was ist denn hier? Sag mal, ne? 38. Ja, ich glaube, der eine, den letzten, den ich eben abgeschossen habe, das war der. Ich glaube, da war rechts am Anfang einer. Der da. Den habe ich verrallt. Da muss ich den jetzt direkt... Das war so. Und dann erstmal den. 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 Nee. Oh, da hat aber einer so durchgezogen gerade, ne? Ja. Das war doch gut. Okay. Ich bin das gewohnt, Eiweißriegel nur noch kalt zu essen, weil die immer bei uns im Kühlschrank liegen. Und die schmecken warm ganz anders als kalt. Ne, wir machen hier erstmal das hier. Der war doch hier. Tell no tales. Ja. 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 Und ich koche. Ich denke, dass ich da drauf mache. Weil dann hat meine Konstruktion funktioniert. Kann ich mein Panel nämlich wegschmeißen, wahrscheinlich. Wenn das so funktioniert, wie es jetzt gerade ist. Eben, das war doch auch ein Coco Level. Jedenfalls dem Bild nachzuurteilen. Das ist das Level mit dem Drei Leben, ne? Verlieren? Lassen wir uns mal nicht angehen gleich. Hier waren glaube ich nur zwei Kisten. Ich fahr jedes Mal noch hier rum um nach einer dritten zu gucken, aber es sind nur zwei. Oder switcht es, wenn du den Charakter redest. Ich habe leider zwei und drei noch nicht spielen können. Nur Teil eins. Ne, ich denke mal das hier geht wirklich nur mit Coco. Ich weiß, ich muss gleich noch nach rechts. Und dann fangen wir von hinten an. Wenn das nicht unbedingt sein muss Spiel. So. Dann rüber hier. Ja. 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 Ich weiß noch, meine Mutter hatte das damals rausgefunden, dass man da an die drei Leben rankommt. Und dann rüberkommt er durch diese kleine Loki hier. Hat er sich voll gefreut. Und dann rüberkommt er. Und dann rüberkommt er. Und dann rüberkommt er. Okay. Das klingt doch erst schonmal ganz gut. Schonmal mal. Oh my god. Wahnsinn Coco. Wahnsinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt ist das Ganze nochmal auf Zeit, ne? Sollten wir hinkriegen Denk ich mal Lösch dich! Gut Done Oh Mann Hm, was das wird hier Ich dachte, das hätten sie hier rausgekattet Weil der Vogel beim letzten Mal einfach so weggeflogen ist Die Möwe Jetzt ist sie weg Wo ist sie hin? Man weiß es nicht Oh Mann Oh Mann Oh Mann Die Haie mag ich nicht so. Die kann man nicht so gut einschätzen, die da rumdüsen. Ich weiß jetzt ja auch nicht, inwieweit man über die Dings boostet. Holy fuck. Über die Kicker, über die Schanzen drüber boostet, ob das einen Boost gibt oder ob das bremst. Keine Ahnung. Ich finde, das war ein ganz guter... Ja, bin ich mit einverstanden. Da bin ich mit einverstanden. Ah! So, irgendwie wurde ja gesagt, Tom Vader als nächstes. Tom... Raider... ...Waider... Kloch komm auch schon die Koma gar nicht bei 8 keine Ahnung weiß ich nicht ob alles holen können Prozent alles von den liefern ich mal ganz cool das gleich gibt es auch von mehr oder nur 1 wobei hier immer so ein bisschen schwierig zu erkennen war von dem Wasser her wie hoch das jetzt momentan steht ach come on dein Röpser ist eine deine Röpser ist eine Sinfonie für die Sinne das ist diesmal ziemlich viel ne kann das sein ja sind ich weiß das ist schade dass wir das Rennding noch nicht haben da hätte ich jetzt Bock drauf schon ok ja 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 so war das doch gedacht ne ab ja ja sehr schön ja Geh, 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 geh.